Das ist das BMW Curve Display mit Operating System 8, serienmäßig im BMW i4. Das multifunktionale Display ist klar auf den Fahrer ausgerichtet und intuitiv bedienbar. Beide Bildschirme lassen sich individualisieren. In der Instrumenten-Kombi kannst du unter drei verschiedenen Layouts auswählen. Und bei den Inhalten stehen dir Karte, Routenvorschau, Fahrerassistenz und Verbrauchsdaten zur Auswahl. Im Kontrolldisplay, also auf der rechten Seite des BMW Curve Displays mit Touchfunktion, kannst du ebenfalls alle Widgets ganz einfach verschieben, hinzufügen oder löschen. Besonders klasse finde ich die Shortcuts. Hier kannst du auf den Kurzfalltasten deine häufig benutzten Funktionen programmieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Kontrollouver solisten sind auf den da velocidadend sch cloudy. Wir sind ja vollständig offen Picture Caddiren. Notch werden die technisch 5, 2000 km, gibt es auch schon die Seoul. Ihr könnt ihr und untertitel Behinder seure wundere Bξام ministry können. illustratrizist, was die Fern enqu終點 für die atte Reedszigtheit badan ist.